Showdown vor dem Landgericht Braunschweig-Kuchen-TV gegen Schuyoka. Aus dem Showdown wurde nicht so viel, denn Schuyoka kam nicht und die Anwalt kam auch nicht. Stattdessen kam ein Vertretungsanwalt aus Hamburg. Aus Hamburg kam er an der Herr Bier. Prost, denn, dachte ich mir, danach hätte man auch einige Liter gebraucht. Denn dieses Urteil war auch schon mehr als schwierig. Natürlich. Aber Kuchen-TV hat dazu gerade ein Video gemacht und darauf reagieren wir. Rein da. Jo, Freunde der Gerichtsprozesse. Gestern war der erste Prozess gegen Schuyoka und ich bin mit einem super Gefühl da reingegangen. Ich bin in Bettelhaunen. Allerdings, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, wir haben zwar noch kein Urteil, aber es sieht alles danach aus, dass ich tatsächlich verloren habe. Und für mich ist es hier ein glasklarer Skandal. Nicht nur für mich, sondern eigentlich für jeden, der sich das anhört. Es ist einfach falsch. Ich weiß, es kommt direkt wieder aus dieser bildungsfernen Schuyoka-Def-Ecke. Nur weil das Gericht nicht passt. Nein. Man kann es beurteilen. Aber ich glaube, beide wissen ganz genau. Schuyoka kam ja auch nicht. Ich habe eigentlich schon fast damit gerechnet, dass sie noch jemand einen Anwalt schickt. Weil an sich ist es eine sehr klare Niederlage für sie, dass sie jetzt hier gewinnt. Das ist halt auch wirklich peinlich. Also für den Richter. Christel, Dankeschön. Gehen wir weiter rein. Nach der Verhandlung. Und Cristiano Ronaldo ist in der Pause. Und rüstlich. Am Anfang aber erstmal, worum ging es jetzt überhaupt? Ich war übrigens vor Ort. Also ich kann das schon ein bisschen beurteilen. Es ging darum, dass Schuyoka in einem ihrer letzten Streams behauptet hat, dass ich jetzt zugegeben hätte, dass ich Rechtsradikale und Sif-Twitter finanziell unterstützen würde, weil ich folgendes auf Twitter gepostet habe. Wir sind derzeit am Prüfen, ob man rechtlich gegen die DMCA-Sperrungen von Schuyoka und ihrem Mod vorgehen kann. Denn momentan lässt Schuyoka von ihrem neuen Mod Ascaron so gefühlt alles auf Twitter sperren, was irgendwas mit Kritik zu tun hat. Denn Fehler einsehen ist deutlich schwieriger, als einfach jemanden dafür zu bezahlen, dass der alles löscht und keiner hat es mitbekommen. In einem Stream nach meinem Post hat sie dann unter anderem Folgendes gesagt. Ich finde es nur sehr spannend, dass KuchenTV gerade zugibt, dass er Sif-Twitter und Rechtsextreme finanziell bei Gerichtsverfahren unterstützt. Die redet den ganzen Tag so einen Scheiß-Dreck daher. Ich möchte von KuchenTV nie wieder... Wer auch immer gewinnt, nur Verhandlungen, zu denen er nicht erscheint. Ach, das ist einfach so lustig. ...hören, dass er nicht rechts ist und dass er nicht eine rechte Community bügelt, während er jetzt gerade auf Twitter zugegeben hat, dass er Gerichtskosten für Rechtsextreme tragen möchte und für Sif-Twitter. Und das ist so ein safes Ding gewesen. Dass wir das jetzt verloren haben, ist ein größerer Skandal als Felix Zweier 2005. Aber mal zurück zum Anfang. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Vor dem Gerichtsprozess war ich bereit mit Dr. Nick Sarafi... Absoluter King. Absoluter King. Das ist ein richtiger Anwalt. Und wir haben uns darauf gefreut, Choyoka endlich mal in ihre Schranken weisen zu können. Allerdings ist Choyoka tatsächlich gar nicht erschienen. Und auch ihr eigentlicher Anwalt, Müller-Römer, ist nicht gekommen. Was für sie eigentlich ganz gut gewesen ist, denn so gab es keine zwei Anwälte... ...die Gesicht, sie kackt aus. Das ist nicht Choyoka, das ist KuchenTV. ...die gegen sie argumentiert haben. Kurz vor knapp wurde nämlich per Untervollmacht ein anderer Rechtsanwalt beauftragt, diesen Termin wahrzunehmen. Und das ist auch komplett legal und in Ordnung. Ich finde es aber lustig, dass Choyoka einfach selber nicht zu diesem Gerichtsprozess gekommen ist. Und ich weiß auch zu 99% warum. Weil wahrscheinlich sowohl Choyoka als auch Müller-Römer davon ausgegangen ist... Boah, okay, hier habe ich ein bisschen übertrieben. Das, das können wir gar nicht gewinnen. ...und sich der Zeitaufwand dahin zu fahren einfach gar nicht gelohnt hätte. Alles andere macht keinen Sinn, denn logischerweise kommt... Übrigens Kuchen, wenn du mal auf meine Reaktion reagierst. Hier ist Platz auf deinem Regal. Das würde da hinpassen. Das würde da sehr gut hinpassen. Das ist vor Gericht jetzt normalerweise nicht so gut an, wenn etwas über dich verhandelt wird, aber du selber nicht anwesend bist. Wenn man das Ding klar gewinnt oder das so ein Fifty-Fifty-Ding ist, dann sollte man erscheinen, damit seine Siegeschancen auch bleiben. Sie hat sich ja effektiv nur damit geschadet, dass sie diesen Termin nicht wahrgenommen hat. Sollte man zumindest mal... Das Lustige ist, dass vor der Verhandlung Müller-Römer mal wieder versucht hat, einen Befangenheitsantrag zu stellen. Und das ist auch so peinlich. Also ich habe schon gelesen, wie er da argumentiert hat, dass sich jemand als Teil der Rechtspflege nicht schämt, so etwas abzuschicken. Eigentlich war nämlich der Plan, dass diese Verhandlung aufgehoben wird und das erst irgendwann in Zukunft passiert. Was, by the way, auch keinen Sinn machen würde, wenn man davon ausgeht zu gewinnen, weil dann verhandelt das halt schnell, nimm den Sieg mit und gut ist. Aber er hat hier die Frist nicht eingehalten. Tja, ein Anwalt, der die Frist nicht eingehalten hat. Aber lassen wir das so stehen. Das Gericht hat auch gesagt, ey, du bist zu spät, es gibt keinen Grund dazu. Das ist ein Dringlichkeitsantrag, wir verhandeln auf jeden Fall. Das Lustige ist auch, dass Shoyoka sich ja des Öfteren darüber beschwert hat, dass Nix Sarafi irgendwie am gleichen Tag von der Verhandlung bei Tobias Hoch noch einen Schriftsatz eingereicht hat. Das war zwar nur eine Antwort auf Müller-Römer, aber das lassen wir mal so stehen. Die erste Einlassung von Müller-Römer zu diesem Fall wurde am gleichen Tag der Verhandlung, die um 14 Uhr begonnen hat, eingereicht. Und zwar um ungefähr 12 Uhr. Ja, es war glaube ich um 11 Uhr 49 oder sowas. Ich glaube, ich sage das später auch in meinem Stream. Also man kann ja vorher sich schon mal einlassen, aber das ist halt die erste Einlassung überhaupt. Und vorher gab es halt nichts. Aber sie beschwert sich, dass man, ach, man macht das so spät und ach, das sind so Tricks und was soll das denn und piffpappappalapapp. Ich habe jetzt auch übrigens den Stream ein bisschen angebessert, angepasst. Ähm, wir wollen die Aufnahme mal ganz kurz. So, weiter geht's. Ja, bitteschön. Jetzt ist das... Buka darf sich jetzt nie wieder beschweren, dass kurz vor knapp irgendwas eingereicht wird. Lustigerweise hatte das Gericht diese Unterlagen nicht mal zum Beginn der Verhandlung, weil die so spät auch nicht mehr geguckt haben, ob da noch irgendwer was eingereicht hat. Aber kommen wir mal zur Verhandlung an sich. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass der Richter das gegen mich entschieden hat, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin überhaupt nicht befangen. Das war tatsächlich auch die einzige Sorge, die wir vor diesem Prozess hatten. Danke, KuchenTV, dass du es jetzt ins Regal gestellt hast. Ehre. Müller Römer behauptet nämlich, dass der Vorsitzende Richter, der auch jetzt wieder am Start gewesen ist, ein Fan von mir ist, weil ich auch mal aus Spaß gesagt habe, dass ich mit ihm abklatsche. Das ist kein Spaß dazu in einem anderen Video, aber mehr. Und es kann schon gut sein, dass man dann der Gegenseite extra einen Punkt gibt, um quasi zu sagen, hey, guck, ich bin überhaupt nicht befangen, ich kann auch gegen diese Person entscheiden. Ja, also, das hatten wir tatsächlich überlegt, davor. Also diese Vermutung, dass der Richter jetzt auf einmal so auf Zwang entscheidet, weil er dauernd zugebummt worden ist wegen Befangenheitsanträge. Ich habe es nicht geglaubt, ich habe gesagt, das kann nicht sein. Also ich habe den ja kennengelernt, Dr. Meier, und der hat die letzten drei Verfahren, die ich mir von ihm angesehen habe, sehr souverän entschieden. Gaming, Dankeschön für den Zap. Zwar auch immer wieder mit Diskussionen, aber er ließ sich auch überzeugen. Aber das, also ich konnte es nicht, wir haben vorher darüber diskutiert und die Option habe ich nicht gesehen. Ich denke vielleicht immer noch zu gut über Leute, dass das dann so kommt. Was waren denn jetzt die Argumente des Gerichts? Unter anderem wurde gesagt, naja, also man muss ja schon den ganzen Kontext betrachten und sie hat es ja irgendwann auch richtig gestellt. Also erstmal, nein, sie hat das überhaupt nicht richtig gestellt. Dazu ist es aber auch lustig, denn das hier sind die Timestamps, die wir abgemahnt haben. Wie man hier sehen kann, hat sie am laufenden Band darüber geredet, aber teilweise liegt da auch eine Stunde dazwischen. Das mit dem Kontext betrachten ist so gemein, dass man jetzt nicht einzelne Sätze einfach abmahnen kann, sondern man muss natürlich im Großen und Ganzen gucken, hey, was wurde da eigentlich gesagt. Wenn sie jetzt aber bei Stunde 3,50 etwas ganz klar Rufschädigendes und Falsches sagt und bei Minute 6,20 Stunden dann sagt, hey, das meinte ich gar nicht so, dann ist das kein Kontext mehr. Welcher Zuschauer guckt denn dann stundenlang diesen Stream zu und nimmt den kompletten Kontext weg? Das sind die wenigsten. Ja, das ist ja gerade, ihr schreibt hier Purzel, Igel, keine Ahnung, das sei nur Content. Nein, das ist, sorry, Shuyoka ist für mich kein Content. Shuyoka richtet bei mir nur Verluste ein. Ich verdiene an Shuyoka-Videos nichts. Sie richten nur Schaden an. Ich bin aber gezwungen, Sachen einzuordnen, weil ich die Lügen nicht stehen lassen kann, die sie verbreitet. Weil der Schaden dann noch größer wäre. Ich minimiere nur den Schaden. Die Behauptung, ich würde an Shuyoka-Videos, an der gesamten Streit Geld verdienen, ist eine so kackdreiste Lüge. Aber ich habe das ja schon offengelegt in meinen Streams, wie die Kosten sind und was meine Einnahmen sind. Man kann sagen, in etwa auf jeden Euro, den ich einnehme, kommen Minimum 10 bis hin zu 20 Euro an Kosten. So einfach ist das. Dementsprechend ist die Aussage Shuyokas oder aus ihrem Umfeld, die in solche Richtungen geht, einfach nur verarschern ihren Zuschauern. Macht gar keinen Sinn. Ihre Zuschauer glauben ihr leider, ja, das spricht nicht für die Zuschauer, dann scheinen die sehr dumm zu sein. Wenn ich jetzt eine Klarstellung drei Sätze oder drei Minuten später gejobbt hätte, dann wäre das was anderes. Aber doch nicht Stunden später. Unter anderem habe ich... Und Leit, nein, wir stellen das nicht in Frage. Experten stellen das in Fragen. Wir zitieren nur Experten. Wir haben dafür höchstrichterliche Urteile und dementsprechend zitieren wir das. Und ich denke, dass die Richter an Oberlandesgerichten, am Bundesgerichtshof oder am Bundesverfassungsgericht ein bisschen mehr drauf haben. Und deswegen nehmen wir Parallelentscheidungen und ähnliche Entscheidungen und berufen uns auf diese. Und so funktioniert ein Rechtsstaat. Folgende unterstrichene Passagen abgemacht. Ich glaube, ich brauche, danke. Wer das KuchenTV gerade zugibt, dass er Siftwitter und Rechtsextreme finanziell bei Gerichtsverfahren unterstützen möchte oder trägt jetzt sämtliche Kosten für Rechtsextreme? Übrigens, ich bin bereit, bei diesem Verfahren Wetten einzugehen. Bis hin zu, sagen wir mal, in der Gesamtsumme von, ich habe ja nicht so viel Geld, von 1.000 Euro. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er wettet, dass das Ding auch vor dem OLG verloren geht und er legt auf ein Sperrkonto bei einem Anwalt 1.000 Euro hin, lege ich auch 1.000 Euro dorthin. Und der Sieger bekommt das Geld. Das Gesamte. Das ist eine Quote 50-50. Man verdoppelt sein Geld. Holixo. Dankeschön. Wenn Shuyoka mit mir diese Wette machen möchte. Sofort. Sofort. Eine bessere Wettquote kann ich gar nicht haben. Ich kann mein Geld verdoppeln mit einer Chance von 99 Prozent. Spendest du den Gewinn? Und soll ich den Gewinn spenden? Damit werde ich mir ein neues Objektiv kaufen. Was denkst du denn? Ich werde meine Anwaltskosten damit bezahlen. Das hat halt faktisch gesehen nichts mit einer Meinungsäußerung zu tun, da sie mir ja diese Worte in den Mund legt. Sie behauptet mit dem Er hat zugegeben ja, dass ich das gesagt hätte. Und das hier war der Tweet dazu. Da gibt es gar keine Anhaltspunkte, das da rein zu interpretieren. Dazu behauptet sie auch noch, dass ich Leuten Verfahren bezahlen möchte, die Fake-Pornografie zu ihr gestellt haben und später im Stream nochmal, dass ich das gleiche Hype bei Sift, Twitter und Rechtsextrem tun möchte. Das ist halt keine Meinungsäußerung. Eine Meinungsäußerung wäre beispielsweise gewesen, wenn sie sowas gesagt hätte wie Also meiner Meinung nach unterstützt KuchenTV damit aber schon auch Rechtsextreme. Sie legt mir hier ja aber einfach Worte in den Mund. Das braucht man auch nicht diskutieren. Das Geile ist auch, dass ich dann vor Gericht gesagt habe, hier sind etliche Accounts, die ich euch zeigen kann, Und das sind alles keine rechten Accounts? ... nicht rechtsextrem sind. Das Gericht hat dann sowas gesagt wie Naja, also sie hat ja auch nicht gesagt, dass alle rechtsextrem sind. Und ja, per se stimmt das. Sie hat das hier gesagt. Er hat sehr, sehr klar gesagt, dass er Leuten Hilfe anbietet, die von mir gestrikt wurden. Das ist das, was er gesagt hat. Und 95, 99 Prozent, fast alle Leute, die ich gestrikt habe, sind im rechten bis rechtsextremen Spektrum. Also er... Ist halt einfach Schwachsinn. Erstmal würde das ja sowieso meinen Punkt unterstützen. Denn wenn nicht alle rechtsextrem sind, dann hätte ich auch nie gesagt, dass ich Rechtsextreme unterstütze. Noch dümmer war aber wirklich folgende Aussage. Also wer jetzt rechtsextrem ist und wer nicht, das muss man ja immer noch für sich selber entscheiden, denn das ist ja eine Wertung. Digga, der hat studiert! Ja, als das kam, da habe ich auch überlegt. Welche Uni? Wo wurde das Examen gemacht? Cool. Also meiner Meinung nach ist Askaron rechtsradikal. Ist ja nur eine Wertung. Ist ja in Ordnung. Also Schoyoka unterstützt meiner Meinung nach ganz klar Rechtsradikale jetzt. Ey, das macht doch gar keinen Sinn. Das Ding ist ja sogar noch dazu, dass wir Leute gezeigt haben, die sogar gegen die AfD getwittert haben, die also offensichtlich überhaupt nichts mit Rechtsextremismus zu tun haben. Mag sein, dass das eine Wertung ist, aber die ist doch offensichtlich komplett hirnrissig und falsch. Ja, das war schon schwer anzuhören, der Unsinn, der da von der Kamera kam. Sieht doch jeder, der sich damit beschäftigt. Und selbst wenn es nur Rechtsradikale gewesen wären, dann gäbe es immer noch keine Anhaltspunkte dafür, dass ich das wissen konnte. Selbst dann wäre es nicht zulässig gewesen. Lustigerweise hat Askaron eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, in der er gesagt hat, Also ich habe... Ja gut, der ist eh irgendwie Zeuge für alles. Auch so ein Clown. ...matt von KurenTV gesagt, dass wir nur gegen Rechtsextreme vorgehen, also der wusste das auf jeden Fall. Ja cool, also weil Askaron das jetzt einfach behauptet hat, ist das jetzt einfach so und das ist ein Fakt. Ey, das muss man sich überlegen, also die Shuyoka-Seite lügt die ganze Zeit nachweislich und jetzt behaupten die einfach irgendwas. Ja, da muss das auf jeden Fall stimmen. Vor allem kann ich ja immer noch das Gegenteil beweisen, davon mal ganz abgesehen. Ein Punkt von dem Richter war unironisch auch folgendes. Naja, aber Sie haben das ja eh schon online richtiggestellt. Hä? Ja! Das ist unglaublich, das muss man sich mal geben. Da wird man verleumdet und ganz ehrlich, ich rate KuchenTV auch hier eine Strafanzeige nach 185 StGB zu erstatten. Natürlich, natürlich habe ich das online richtiggestellt, weil ich nicht möchte, dass solche Lügen im Shuyoka-Styom vor 4000 Zuschauern aufgestellt und einfach kommentarlos so stehen gelassen werden. Es bleibt doch trotzdem eine rufschädigende Aussage gegen mich, vollkommen egal, ob ich das irgendwo richtiggestellt habe oder nicht. Also möchte ich... Ja, und hier kann die Frage, wie lange die Verhandlungen ging, die ging tatsächlich sehr lange, weil dann, es musste erst noch mal eine Viertelstunde unterbrochen werden, weil ja der Schriftsatz von Müller-Römer reinkam, den das Gericht nicht hatte. Also wir haben schon mal direkt eine Viertelstunde verloren und dann wurde noch mal zehn Minuten Pause gemacht, damit man noch mal drüber nachdenken kann, was der Unsinn soll. Ähm, und... Es war so... Das war schon... Ja... Meine... Ich sag mal, Bo saß neben mir, der hat auch nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, was ist hier, was passiert hier gerade, was ist das? Das ist... Mega! Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Die nächste Frage ist auch, ob ich überhaupt jeden erreiche, der den Stream von Shuyoka gesehen hat. Das ist es doch... Also das ist so absurd, die Aussage. Ich meine, ich wehre mich ja auch gegen Shuyokas Verleumdungen. Äh, sie framet mich wegen ihrer frei erfundenen Kipo-Geschichte. Das ist so widerwärtig, so menschenverachtend ekelhaft, was sie da macht. Und, ähm, ich wundere mich, warum... Also mal ganz ehrlich, für solche Aussagen werden Menschen normalerweise gecancelt. Und zwar aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Deswegen weiß ich, alle, die jetzt noch auf ihrer Seite stehen, die ticken genauso pervers. Und das ist schon... Es ist wirklich so widerwärtig, dass man solche Inhalte verharmlost durch diese... dieses frei erfundenes... dieses frei erfunden Opfer-Narrativ. Und wahrscheinlich wird es nicht der Fall sein. Außerdem geht es ja auch darum, dass sie in Zukunft diese Äußerung nicht mehr tätigen darf. Der gegnerische Anwalt war genauso lost. Der hat nämlich sowas gesagt wie, naja, also sie haben es in ihren Videos ja selber wiederholt und deswegen durfte die das auch sagen. Es ist doch klar, dass wenn ich das richtigstellen möchte, dass ich auch ihren Clip zeigen muss, um zu zeigen, was sie mir vorgeworfen hat. Dann kann man doch nicht danach sagen, ja, du hast das jetzt in dem Video richtiggestellt und du musstest natürlich zeigen, was sie gesagt hat. Selber schuld, Digga. Jetzt darf sie das auch. Ey, ich komme nicht darauf klar. Wirklich. Dazu hat der Richter auch meinen Tweet anscheinend gar nicht richtig gelesen. Der hat nämlich auch sowas gesagt wie, naja, also sie haben ja schon gesagt, dass sie alle unterstützen wollen. Nein, habe ich nicht. Das hier ist der Tweet. Da steht nirgendwo, dass ich alle unterstütze. Nirgendwo steht das. Da steht nicht mal das Wort alle. Ich habe sogar gesagt, dass ich das gerade erst mal prüfe. Ich habe niemandem zugesagt, dass ich eine bestimmte Person überhaupt... Hier kommt übrigens jemand offensichtlich aus der Shuyoka-Papel. Kann es nicht sein, dass inzwischen ein Ego gekrennt ist, weil sich eine verzogene Göre durch die Manege zieht, bisher auch gewinnt? Okay, Jason. Dann, ähm, wie würdest du jetzt dich, ähm, wie würdest du reagieren, wenn ich jetzt behaupte, dass du Kinder vergewaltigst? Jason Lee. Schick mir bitte deinen Namen, deinen richtigen Namen und deine Adresse und ich poste, dass herausgefunden worden ist, dass du kindersexuell missbrauchst. Ist das fair? Denn du sagst ja, man ist ja nur ein bisschen gekränkt. Priasche, Dankeschön für den Sub. Da kommt natürlich jetzt keine Antwort mehr von ihm. Er kann doch alle 60 Sekunden schreiben. Na, vielleicht kommt da noch eine Antwort. Ich hab doch geschrieben, dass ich dich anzeigen würde. Wieso bist du gekränkt? Warum, 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 warum wir denn rechtliche Schritte? Du wirfst mir doch gerade vor, ich sei gekränkt, weil ich rechtliche Schritte einleite gegen jemanden, der das in meine Richtung sagt. Ups. Hab ich da jemanden hops genommen? Ui, 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 ui. Na gut. Aber für ihn, damit er es auch begreift, was gerade passiert ist. Wo hab ich, wo ist es hin? Nein. Wo ist es? Extra für ihn, damit er begreift, was ich gerade mit ihm gemacht habe. So. Jason Lee. Das ist gerade passiert. Das ist. Hauptunterstütze. Sie meinte ja auch, dass ich Leute unterstütze, die jetzt KI-Videos von ihr erstellen. In diesem Tweet selber steht... Gänsehaut verquencht. Richtig. Es war absolut... Es war mega-Boomer-mäßig und super-cringe. Aber ich musste noch mal unterstreichen, wie ich ihn gerade durch die Manege gezogen habe. Erstens, dass ich das Ganze erst mal prüfe und solche Videos zu erstellen, wäre ja sowieso eine Straftat. Also, da kann ich ja wie gar nicht unterst... Ach, ich hab Gänse... Ach, Gänsehose. ...schützen. Dazu steht ein Absatz später, dass ich finde, dass da die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Mit KI-Porno-Videos wird doch aber die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt, wenn sie sowas sperrt. Das macht logisch gesehen, macht das gar keinen Sinn. Kein einziger von diesen Accounts habe ich jemals damit in Verbindung gebracht. Eine weitere Aussage war dann auch sowas wie, naja, also der Beef geht schon sehr lange und dann darf man auch solche Sachen. Und ja, per se ist das natürlich richtig. Wenn eine Auseinandersetzung länger geht, dann geht es durchaus auch mal härter zu. Auch ich habe schon Aussagen gebracht, die ein bisschen härter gewesen sind. Aber hier hat... Ja, man muss aber ehrlich sagen, eigentlich der gesamte Streit, ähm, er geht hauptsächlich von Shuyoka aus. Sie ist ja diejenige, die dauernd Öl ins Feuer gießt und dauernd Menschen diffamiert. Da dann, danke schön für die, für die Wasserbombe. ...die mich quasi einfach falsch zitiert. Sie hat mir falsche Dinge in den Mund gelegt. Und da kann man doch nicht sagen, ja, also das geht jetzt schon ein Jahr, also darf sie auch Dinge behaupten, die du gesagt hast, die du gar nicht gesagt hast. Das hat halt nichts mit einem härteren Ausdruck oder sonst was zu tun. Das ist ganz klar eine falsche Tatsachenbehauptung. Also, wenn falsche Tatsachenbehauptung nach eineinhalb Jahren in Ordnung ist, ja, da warte ich noch acht Jahre, dann ist auch Mord in Ordnung oder was. Ey, so eine dumme Aussage. Die Frage, die dann auch gestellt wurde, war sowas wie, naja, ob die Leute im Chat das jetzt überhaupt wirklich so von Ihnen denken. Ja, die Leute, also ihre Zuschauer, sind so negativ gegen mich eingestellt. Das sieht man doch auf Twitter, wie die mich die ganze Zeit am Fronten sind. Also, ja, tun sie. Und selbst, wenn das nicht so ist, was macht das für einen Unterschied? Wenn ich jetzt sagen würde, Influencer XY, der will alle Ausländer töten, das hat er mir privat gesagt, dann würde mir auch keiner glauben. Es ist doch trotzdem eine falsche Tatsachenbehauptung. Hä? Was kann ich also abschließend dazu sagen? Das Gericht hat quasi gesagt, naja, also wir verstehen halt, wie sie das meint. Und das ist auf jeden Fall eine freie Meinungsäußerung. Was ich also gerade in diesem Fall überhaupt nicht nachvollziehen kann, Man muss sich das mal überlegen. Tobias Hoch verliert in Frankfurt, weil er Hatefluencer gesagt hat. Das muss man sich jetzt mal geben. Wofür ich Anknüpfungspunkte habe. Und was macht sie denn seit, was macht sie denn seit Monaten? Was ist denn, was ist seit Monaten ihr, irgendwo ihr erfolgreichster Content? Hassrede. Das kannst du echt nicht ausdenken. Shuyoka gewinnt in Braunschweig, weil sie gesagt hat, dass ich zugegeben habe, dass ich Rechtsradikale unterstütze. Ja, das ist so. Und übrigens für die Leute, die sagen, ignoriert sie doch einfach. Das habe ich ja versucht. Ich habe sie ein Vierteljahr komplett ignoriert. Und das hat sie nicht ausgehalten und hat mich wieder zum Thema gemacht. Ich war super nett. Ich war viel zu nett zu ihr. Ich war einfach zu nett. Und ich habe ihr schon einmal angeboten, wenn Shuyoka aufhört zu lügen, also wenn sie aufhört, Lügen über mich zu verbreiten, höre ich auf, die Wahrheit über sie zu sagen. Ist doch fair. Was geht hier? Sie legt mir einfach nachweislich komplett falsche Worte in den Mund, einfach nur, um mich negativ zu framen und mich anzugreifen. Dass das nicht gecheckt wird. Wenn man sich nur einmal die Streams von Shuyoka anguckt, dann merkt man, dass sie gar nicht versucht, vernünftig zu argumentieren oder einen Diskurs zu führen. Alles, was sie in den Streams macht, sowohl bei mir als auch bei Tobias Hoch, ist es einfach nur eine falsche Tatsache, überhaupt nur nach der anderen zu droppen, damit unser Ruf kaputt geht. Ja. Genau das ist es. Genau das ist es. Es ist halt Hassrede. Und witzig war, dass dieser Anwalt Bier sagte, ja, warum können nicht alle mal aufhören, übereinander zu reden? Das wollte ich doch. Ich habe doch den Vergleich vom Landgericht Frankfurt annehmen wollen. Shuyoka hat ihn abgelehnt. Sie wollte das nicht. Sie wollte nicht, dass es aufhört. Sie kam dann mit unsinnigen Forderungen, die nicht annehmbar waren. Ich war doch so nett, so dumm von mir, dass ich gesagt habe, ja, komm, sie hat zwar Unrecht und sie benimmt sich daneben und es ist schrecklich, aber ich kann den Content nicht leiden. Komm, wir beenden das einfach. Wir reden gar nicht mehr übereinander. Dann ist das Thema gut. Und darauf wollte ich Trottel eingehen und ihre Antwort war, nö. Und dann muss aber das unterschrieben werden und alle Videos müssten gelöscht werden und da muss Unterlassung gekriegt werden. Was? Abschauber, Heidi, Dankeschön. Ich kann das nicht mehr. Das ist einfach so lächerlich und es gibt Menschen, die noch auf ihrer Seite stehen. Was für Vollidioten. Und das, das Landgericht in Braunschweig nicht checkt und einfach sagt, nö, das ist in Ordnung und das darf sie. Bruder, ich komme darauf wirklich nicht klar. Man hat halt bei der Argumentation komplett gemerkt, dass man uns diesen Punkt einfach nicht geben möchte. Ich hatte den Richter ja schon öfter und der hat jedes Mal komplett logisch und vernünftig argumentiert und ich habe auch nicht alles bei ihm gewonnen, aber was ich nicht gewonnen habe, konnte man immer komplett nachvollziehen. Aber hier wirkt es wirklich so, dass egal, was wir sagen oder wie wir was argumentieren, es war von Anfang an klar, nö, das freie Meinungsäußerung, Pech. Ich bin nicht befangen. Ich meine, sie darf einfach Dinge behaupten, die ich nicht gesagt habe. Wo kommen wir denn dahin? Wir haben natürlich das Urteil noch nicht. Das Ganze hier ist mehr oder weniger nur der Prozessbericht. Vielleicht haben wir ja auch Glück und wir haben am Ende doch gewonnen, aber wahrscheinlich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Einer sagt, der verlorene Prozess bült wieder neue Unterstützer in die Reihen. Andererseits ist das so eine Art, es ist eine Art Honeypot. Es ist eine Art Honeypot. Alle, die jetzt bei ihr dort sind, sind gefühlt voll Idioten. Das ist ein Trottel-Honeypot, der sich da ansammelt. Eigentlich muss man alle Leute bei ihr bei sich bannen, weil man nämlich dann wirklich, ja, das ist wie ein Katalysator. Alle Trottel gehen dahin. Und die Leute, die auch noch donaten, das sind dann die Obertrottel. Denen sollte man vielleicht aus Nigeria irgendwelche Prinzen-E-Mails schicken, dass sie im Lotto gewonnen haben oder eine Erbschaft bekommen. Sobald das Urteil da ist, werde ich halt entweder nochmal ein neues Video dazu machen, je nachdem, ob da jetzt noch was Interessantes drinsteht. Ich werde es aber auf jeden Fall in die Cake-News packen. Stand jetzt, ist das Landgericht Braunschweig also der Meinung, dass es komplett in Ordnung ist, Leute einfach komplett falsche Dinge in den Mund zu legen? Dazu darf man eine Sache nicht vergessen. Jemanden rechtsradikal zu nennen, ist natürlich nur eine Wertung. Also für mich ist Shoyoka jetzt rechtsradikal. Ey, keine Abmahnung. Es ist nur eine Wertung und das ist absolut in Ordnung. Wenn nicht, dann gehe ich... Und sie hat natürlich auch übrigens in Massen Donations bekommen. Aktula, Dankeschön für Stufe 1. ...ne negativen Feststellungsklage vor das Landgericht in Braunschweig und Gewinne. Wir gehen auf jeden Fall in Berufung, weil im OLG wird das zu 100% gekippt. Wirklich, zu 100.000%. Ansonsten mache ich das, was der Top-Kommenter sagt. Schreibt mir eure... Was ist denn aktuell der Top-Kommenter? Da ist überhaupt kein Wunsch drin. Ach nee, hier. Top-Kommenter. Was soll er machen? Top-Kommenter. Doppelpunkt. Was soll KuchenTV machen? Setz dich auf Flasche. Er soll sich ihr Haare blau färben. Oder ne, mein Buch. Stell endlich mein Buch in dein Regal. Das ist richtig. Stell endlich mein Buch auch in dein Regal. Ja, wird eh von dem OLG gewinnen. Ich hätte übrigens auch noch mal irgendein Troll reingeschrieben, dass ich gesagt hätte, ich hätte den Vergleich abgelehnt. Nein. Ich habe den Vergleich angenommen. Das Gericht hat einen Vergleich vorgeschlagen. Diesen wollte ich annehmen. Shuyoka wollte diesen Vergleich nicht. Hat ihn so... Wollte solche Änderungen, die natürlich unannehmbar sind, weil das ja kein Vergleich ist. Und dadurch ist er geplatzt. Also von mir gab es eine Vergleichsannahme, eine Bereitschaft dazu und von ihr gab es sofort eine Vergleichsablehnung. Das ist die Wahrheit. Dafür gibt es auch mehrere Zeugen. Ansonsten könnte ich mich unterstützen. Unten unter dem Video ist ein Link auf meine GoFundMe-Seite. Ich bin Nick Sarafi und muss auch ordentlich bezahlt werden. Er reißt sich für mich den Hintern auf. Macht das auch sehr, sehr fair. Also nicht, dass manche glauben würden, er würde mich hier ausnehmen. Das tut er überhaupt nicht. Ich weiß, wie Anwälte arbeiten. Und das, was er macht, ist mehr als bisher jeden Anwalt für mich gemacht hat. Dementsprechend ist jeder Cent, der zusammenkommt, auch wunderbar angelegt und landet beim Richtigen. Er könnte andere Prozesse haben, mit denen er mehr Geld verdient. Er macht das hier auch aus Überzeugung. Dementsprechend gerne unterstützen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Like da lassen und bis dann.